Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's sterb an den großen hühnenhaften Menschen. Wir sind jetzt wieder hier, wir haben die beiden getötet. Wir dachten gerade da oben am Fenster steht eine Frau. Gott, man packt sich überall fest. Aus der Position sah das irgendwie komisch aus. Ja, ich wollte auch so aufzuschießen. Und dann sehe ich so, oh, ist das ein Brett. Und wir müssen jetzt, ähm, hier runter. Ich gehe jetzt ganz unbedacht in diese Ecke hin. Nein, nein, das mache ich nicht. Ich hätte viel zu viel Angst. Ähm, Kishi? Du läufst von der Seite aus rein, ich laufe von hier aus rein. Und wir schießen auf alles, was ihr bewegt, okay? Okay. Ich bin out of ammo. Ich muss nachladen. Was seid ihr? Das sind Horrorkinder. Puh. Ich merke. So, wo geht es jetzt gleich weiter? Na, da. Die haben irgendwo Munition rum vielleicht? Ich habe keine Munition. Oh mein Gott, deren Gesichter. Ja, die sind schlimm, ne? Hallo. Oh, es ist dispawned. Oh mein Gott. Oh, ich kriege ich nicht beleuchtet. Ich möchte es töten. Haben wir schon. Nochmal. Nochmal. Und nochmal. Ich habe übrigens keine Munition mehr. Ich kann jetzt nur noch zuschlagen. Ich brauche übrigens jetzt erst mal das Zigaretter zum Schellen. Eins, zwei, drei. Ich habe noch, äh, mein Morphium. Was? Die haben mich nur einmal getroffen? Oh, das war ja ziemlich gut gelaufen. Die haben dich öfter getroffen als mich, obwohl du noch Waffen hattest. Ja. Yay. Ich bin noch mitten in eine Menge reingesprungen. Oh, please wait. Oh. Please wait until everybody is ready. Oh. Na, dann gehen wir doch mal rein. Das kann doch nur gut sein. Jetzt ist es schon mal gespeichert. Das heißt, wenn wir nächstes Mal weitermachen, haben wir dann ein anderes Punkt, wo wir weitermachen können. Ja. Oh Gott. Oh Gott, ich weiß, was es ist. Ich auch. Hier fängt P2 an. Hier haben wir... Weißt schon, wo wir vorher versucht hatten, uns wieder hinzuspauen, an den anderen Orten. Da hinten ist schon mal einer. Ah, ja, super. Ah, ich habe keine Munition mehr für die Shotgun, sehe ich gerade. Ich habe keine Munition mehr. Oh. Na, süßer. Pass auf, rechts ist einer. Na, du? Chapter 10. Many thoughts. Oh, no. Touch brain, many thoughts. Wow. Sorry, ich konnte es mir nicht verhalten. Ich bin... Angst. Okay, er ist tot. Bist du links durch? Hi. Oh, hi. Ich wollte dich erschrecken, das wäre jetzt langweilig. Ja, ich... Ich bin so am Arsch durch das Spiel, dass ich jetzt nicht mehr so leicht erschreckt werde. Ja, genau. Lock sie an. Help over here. Help me. Nee. Ich glaube, die wollen mir nicht helfen. Da unten ist bisher nichts, aber... Oh Gott. Was ist das? Oh mein Gott. Oh, der ist süß. Kann wir den bitte behalten? Ich muss meine Angst gerade wirklich... Also, mein Hass gerade wirklich übertönen mit lustigen Witzen. Ich will einfach reinspringen um die töten. Wieso? Ja, süß. Nee. Ich habe Angst vor dem, der twitchet so komisch. Danke. Clear. Ich bin gefallen. Ich brauche mir zu. Regler. Regler. Wieser Hensen ilt altit instruktörer na... Seit wann sprichst du Dänisch? Ich spreche kein Dänisch. Ich spreche einfach nur aus, was ich da lese. Gasp. Mann. Was ist das? Oh. Oh, warte mal. Man kann... Konnte man nicht irgendwie von... Burstfall? Ja, auf Z war das, meiner Meinung nach. Mir gefällt das nicht. Hier ist keine Musik und nichts. Ich kann mich nicht bewegen. Was? Ach, ich bin im Schreibdingens. Hörst du das? Okay, Z ist Schreiben. Ja, ich höre dieses Tropfen. Das ist nur ein konstantes Tropfen. Keine Musik. Ich weiß doch ungefähr, was hier passiert. Nicht. Ich habe nichts verpasst. Hier liegt eine Syringe. Ich habe eine Syringe. Brauchst du eine Syringe? Kishi? Ja. Hört mal die Seife auf. Okay. Ich habe auch noch eine. Oh. Das Schlimme ist, die Gegner, die einem wirklich Angst machen, die töten einen nicht. Äh, die töten einen One-Hit. Ja. Brauchst du deine gerade? Ja, nimm sie. Okay, dann nehme ich meine Syringe. Hup. Trouble. Oh, ja. Yeah. So, jetzt haben wir das Syringe. Ähm. Ich versuche mich gerade selbst umzubringen. Pass auf, pass auf, pass auf. Der Typ, der Typ, der Typ. Ich habe schon viel zu viel Munition verschwendet an den. Ähm. Warte mal. Ich gebe dir mal kurz meine Waffe. Behalt, du mal. Komm her, komm her. Komm her. YOLO. Was? Der Typ ist weg. Was? Der Typ ist einfach weg. Oh. There is something... Äh... Strange. Ach so, strange. Das ist ein T. Sorry, ich habe gerade an einem umgedrehten F überlegt. Oder C. There is something strange about Dr. Pernell. Pernelli? Pernelli? Keine Ahnung. Pernell Note. Ja, okay. Danke. Möchtest du deine Waffe wieder nehmen? Dr. Pernell could be it. Was? Äh, Jan. Ach, das tropf wiederholt sich gerade wieder. Ich habe das achieved. Was? Ich habe ein Achievement dafür gekriegt. Oh, dafür, dass man das... Dass man das liest? Ja, also kein richtiges Achievement, sondern einfach nur you achieved. Ach so, ja, die Note da. Note, nicht Note, was zum... Willst du wirklich noch länger hierbleiben? Hier ist gruselig. Ich finde das schön. Lass uns mal bowlen. Ja. Dazu fällt mir ein Lied an. Wat finds? Bowlen. Klappt nicht. Von Dame. Ist gut. Macht Spaß. Nein, 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 nein. Wat? Da steht der Typ schon wieder. Oh, nein. Wenn er herkommt, schieße ich mir den Kopf, sonst schieße ich mir den Kopf. Ich habe eine leere Waffe. Er kann mir nicht in den Kopf schießen. Wo ist er? Ich habe noch nie ausprobiert, was passiert, wenn der Typ mich versucht, mit einer leeren Waffe zu erschießen. Oh Gott, da ist er! Okay, man verliert einfach nur Leben. Mach ihn bitte kalt. Oh Gott. Ich habe keine Munition mehr. Ich muss... Er ist tot. Oh Gott. Oh Gott. Der Typ ist echt schlecht. Ich habe nur noch halbes Leben. Oh. Okay, merke, wenn er kommt, müssen wir Teamwork machen. Okay. Ich hasse solche Decken. Ich auch. Da hinten geht es auch noch weiter. Lass da hinten weitergehen. Das ist, glaube ich, cooler. Musstest du unbedingt probieren, ob du in die Tür reingehen kannst? Das hat mich gerade zu Tode erschreckt. Ich... Mein Herz ist gerade stehen geblieben. Ich weiß nicht, ob es noch schlägt. Also wenn ich gleich umfalle, dann bin ich tot. Du sitzt doch schon. Ja, ich... Ja, genau. Wir gehen einfach hoch. Äh, wieso ist hier Licht in dem Raum? Ach, deswegen! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Mein Penis fällt mir ab, wenn ich dieses Spiel spiele. Scheiße. Alter, mir läuft es gerade geile die Rücken runter. Vor allem der Schrei von diesem Spiel. Ja, also... Meine Eier sind abgefallen und mein Penis hat sich nach innen reingestülpt. Oh Gott, ich hab solche Angst. Wieso ist es jetzt halt in diesem Raum? Ich will da nicht ran. Ich hab ran. Ja! Nee, gehst du nach unten! Fick dich! Am Arzt, wer dir im Kopf ist. Ja, super animierte Wand, danke. Ja, die Wand sieht aus, als ob die eingesetzt werden. Einfach nur so. Ja, wir müssen uns jetzt an sowas festhängen. Ich hab solche eine Angst. So, nach oben, nach unten oder dahinten weiter? Langst du erst mal dahinten lang. Hier geht's mir zu auffällig weiter. Ja. Zwei Wege anbieten nach einem Weg, dann lass uns mit allen gehen. Ich glaub, hier geht's eh nicht weiter. Ja, hier geht's hin. Ach, nee, tschüss. Ach, du bist... Nicht du schon wieder! Geh weg! Au! Alter, was kann der mich über so eine weite Strecke pullen? Ich bin fast tot! Ach, du scheiße, nimm das Rindl-ge... Gib dir Drogen. Du brauchst sie. Ach! Scheiß, Viechern. Man hat übrigens den gleichen Arm und die gleichen Handschuhe wie Simon. Kleiner Funfact. Ist hier noch so ein Wichser? Geht's da weiter? Äh, hier liegt nur ein M4. Nee, da geht's nicht weiter. Door und Watsch. Ähm, 16. Nice. Nein, the fire door won't seal out. Oder sowas. Was? The fire door won't seal out. Sowas wie die... Bist du. Warum hab ich grad Schaden gekriegt? Was? Ich hab grad Schaden gekriegt. Ich hab Angst. The fire doors are sealed shutted. Nein, sealed shut. Hoch oder runter? Hm, hoch funktioniert eh nicht. Ja. Hoch funktioniert. Warum lädt das? Bitte flieg ich raus, bitte flieg ich raus. Du bist nicht rausgeflogen. Ich habe so eine verwichste Angst links. Oh Gott. Hinter dir, Jax, Mörder! Also meine Munition ist fast leer. Ich sollte eine Waffe auf den Slot legen. Oh, ich hab eine Waffe auf den Slot. Ich hab auch mal ein bisschen Angst. Ich zieh jetzt mal meine M4. Wir sind im Haus. Wir sind im Haus. Bitte nicht das Haus. Nein, was? Schwule. Was ist hier? Schwule. Ich hab noch zwei Schuss für die M4. Bist du eben ein bisschen ausgerastet? Ein klein wenig, minimal. Da ist Nürnko. Ah ja, ich glaub ich könnte meine benutzen, oder? Oder so. Ja, du kannst deine trotzdem benutzen. Ich mein, bevor du abnippelst. Ja, ich nippel in echt schon schlimm genug ab. Also die Charaktere hier im Spiel sind stark heroinabhängig. Hier ist noch ne, nein, das ist Morfium. Hier ist noch so ne Dingens. Hast du ne, Rainer? Äh, was? So einen? Ne, so einen hab ich nicht mehr. Äh, nein. Ich hör ihn. Hörst du ihn auch? Ja. Kommt er näher? Nein, ne. Ist irgendwo um die... Geh weg. Er ist da. Geh hört er eigentlich nicht mehr. Er ist droppig draußen. Dann, wenn man, dass er nicht reinkommt. Draußen ist da, wo wir vorhin waren. Wir gehen nicht mehr zurück. Ich will nicht sterben. Mano. Muss dieses Spiel so scheißgruselig sein. Das ist echt schlimm, Alter. Ach ja, das heißt Cry of Fear. Ich kann mich hier nicht ein. Okay, Moment. Ich muss mal kurz einen letzten Zug von meiner Zigarette nehmen. Oh mein Gott. Hast du gerade einfach so Schaden gekriegt? Nein, ich bin nach hinten gesprungen und dadurch erschrocken. Achso. Hast du? Ja. Ich mach sie gerade aus und werf sie in die Dose rein. Du rechts, ich links. Okay. Drei, zwei, eins. Mir ist nichts. Mir ist auch nichts. Was ist das für ein Raum? Alter, dieses Licht, Alter. Was für Huren sind verschwunden. Was denn? Ich höre den Kettensägen-Typ da drin. Ja, weil er rechts ist. Ich mag das nicht, den zu hören. Hier ist auch nichts dran, also. Du rechts, ich links los. Hier ist nichts. Hier ist Shotgun-Munition. Nimm sie, ich habe keine mehr. Cool. Doch, ich habe auch noch eine. Hast du noch Shotgun-Munition? Nee, ich habe keine, glaube ich. Ja, dann nimm sie. Ich bin höchstens ein bisschen nervös. Ich glaube, wann wir das machen? Wohin gehen wir? Von unten kommen wir her. Nach oben wollen wir nicht. Tja, nee. Haben wir hier schon durchgeguckt? Oh. Kannst du es da lesen? Adam Tenster? Ja. Ist er Adam Teaster? Tester? Ja, Tenster. Tenster? Ist das ein N? Tenster, glaube ich. Ist das ein N oder ein A? Das ist ein N. Das ist ein N. Adam Tenster. Also, Adam, falls du das siehst, du bist tot. Ja, also, ja. Ich glaube, dann sieh das auch eher weniger. Also, da gehen wir nicht lang. Durch die Tür. Das probieren wir nicht aus. Nein, das lassen wir. Oh Gott. Oh, so lange gesmasht. Oh Gott, bin ich froh, dass sie tun. Oh, du Wichser. Ich habe auch noch mit reingehalten. Ja, die ist auch kaputt. Du warst gerade direkt in meiner Fresse. Ich hatte Angst. Da ist auch keiner. Möchtest du bitte vielleicht mit mir... Lass uns bitte immer zusammen rumlaufen. Dann haben wir ein bisschen mehr Licht wenigstens. Also, da rechts ist niemand. Da links sieht es auch leer aus. Ja, das ist der Raum, von dem wir kommen. Wir gehen nicht durch diese Tür. Ja. Ja, nee, man. Ah! Ich verdrück mich andauernd. Dann drück ich zwar mal dieselbe Taste. Und dann spring ich zu der Seite. Und ich habe Angst. Ich drücke wirklich nie dieselbe Taste. Weil ich davon voll Angst kriege. Ähm. Hörst du das? Ja, ich höre den Gärtensägen-Typ. Ne, ich höre gerade einfach nur irgendwas rumlaufen. Und möglicherweise ich vielleicht. Was ist diese Tür da? Welche? Bitte? Die hier. Oh Gott. Ich will nicht. Oh Gott, nein. Ich glaube, der Kerl ist oben. Unser Timer klingelt. Oh, okay. Dann immerhin. Das ist für viel lustig. Also nein, eigentlich nicht. Aber, ähm. Dann hoffe ich, euch hat der Part gefallen. Auf euch auch. Schaut auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt. Ja, vier. Wenn es heißt, Kisch und ich kacken uns in die Hose. Ich verstecke mich hinter der Tür. Alles gut. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Haut rein.